Moin Leute und herzlich willkommen zur Kryptographie. Die Namen werden immer besser, nämlich geht es heute um RSA, ES, OAEP. Steht übrigens für, also RSA steht für die Namen der Schöpfer von RSA, nämlich Rivest, Shamir und Adelmann. Und ES steht für Encryption Standard und OAEP für Optimal Asymmetric Encryption Padding. Also optimale asymmetrische Verschlüsselungspadding. Also was ein Padding ist, wisst ihr. Gut, und da hat man auch schon das Halbe, wenn man das verstanden hat, was das bedeutet. Nämlich ist es eigentlich auch nicht mehr so viel danach. Also, was wir machen wollen, ist, wir wollen nicht M verschlüsseln, sondern wir wollen ein gewisses M-Stern verschlüsseln. Und dieses M-Stern, wie das zustande kommt, also wie wir die Nachricht zufällig aussehen lassen wollen, das werde ich euch heute zeigen. Dazu kleine Grafik wieder, heute wird es wieder bunt. Und wir wollen nämlich heute nicht einfach nur die Nachricht verschlüsseln, sondern erstmal die Nachricht verschlüsseln. Dann wollen wir 0 hoch K, also wir wollen K Nullen hinten dran hängen und danach kommt noch ein Random Padding hinten dran. Das heißt, wir nehmen uns erstmal die Nachricht M, packen dann eine gewisse Anzahl, nämlich K Nullen hinten dran und dann noch irgendwas perfekt zufälliges. So, und was wir jetzt machen, sollte euch unglaublich bekannt vorkommen, denn ich werde es euch einfach nochmal zeigen. Wir nehmen uns als erstes dieses R, beziehungsweise die linke, äh die rechte Hälfte, rechts, link, schwäche, tut mir leid. Die rechte Hälfte von dem Ding nehmen wir hier und stopfen sie in eine Zufallsfunktion rein, beziehungsweise in eine Hash-Funktion. Was Hash-Funktionen sind, werde ich euch alles noch erklären, das werden wir aber wahrscheinlich erst nach der asymmetrischen Kryptografie machen. Bis dahin, stellt euch als Hash-Funktion einfach sowas vor, was einen Wert nimmt und irgendeinen völlig unabhängigen, zufälligen Wert rausbringt. Ähm, stellt euch das darunter vor. Okay, also das hier und das, was hier rauskommt bei dieser Hash-Funktion G, stopfen wir zusammen mit der Nachricht und einem gewissen Anteil an Nullen, stopfen wir hier rein in ein XOR. Okay, das heißt ein paar von diesen Nullen sind hier bei der Nachricht dabei, ein paar von diesen Nullen sind hier beim Random Padding dabei und hier kommt sowieso nachher was perfekt Zufälliges raus. So, was wir jetzt weitermachen ist folgendes. Wir nehmen die Ausgabe von diesem XOR hier und nehmen das hier rüber, als rechte Seite sozusagen. Auf der anderen Seite nehmen wir unseren Random Padding und dieselbe Anzahl an Nullen, also wieder mal genau in der Mitte durchgeschnitten, das was wir davor hier reingestopft haben. Im Prinzip könnte ich hier sogar abzweigen. So, ähm, wir nehmen das, was wir hier in G reingestopft haben und nehmen es auf die linke Seite. Und dann, ich kopiere ganz demonstrativ dieses Gebilde hier, schnappen wir uns das einfach und machen dasselbe nochmal. Allerdings nehmen wir jetzt hier eine andere Hash-Funktion, nämlich einfach H. Das heißt, wir haben hier im Prinzip am Ende ein Feistel-Netzwerk mit zwei Runden. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Feistel-Netzwerk ist, genau das ist ein Feistel-Netzwerk. Wenn ihr es genauer wissen wollt, ich habe auch dazu ein Video. So, und was wir am Ende hier rausbekommen, ist ein S und ein T. Dieses S und T nennen wir einfach so, im Prinzip haben wir hier nur ein paar Bits in einer Folge. So, also was wir hier gemacht haben ist, wir haben die rechte Hälfte in eine Hash-Funktion gesteckt. Da kommt was perfekt Zufälliges raus, haben das auf MX-Ort und dann haben wir das, was bei dem X-Ort rauskam, auf die rechte Hälfte genommen. Dann haben wir den Teil hier, der schon eigentlich zufällig war, weil dieses Random-Padding hier ist ja perfekt zufällig gewählt, haben wir genommen und haben es links hingehalten, haben das, was wir vorhin bei dem X-Ort rausgekriegt haben, in eine Hash-Funktion gestellt und haben das hier drauf X-Ort und am Ende haben wir das, was links war, wieder nach rechts geschrieben und das, was rechts war, haben wir wieder nach links geschrieben. So sieht es dann aus. Okay, und unsere Nachricht M-Stern oder wie wir sie nennen wollen, unser M-Stern, haben wir es glaube ich genannt, M-Stern ist jetzt einfach S gefolgt von T, also im Prinzip das hier. Ja, und das Ganze ist sicher im Random-Oracle-Modell, da möchte ich jetzt allerdings gerade nicht genauer drauf eingehen, das ist dann wiederum mit Hash-Funktion, außerdem habe ich den Beweis eh gerade nicht parat, der ist nämlich auch nicht so einfach, aber es ist beweisbar sicher, beweisbar CCA sicher im Random-Oracle-Modell, aber nur, falls das zugrunde liegende RSA-Verfahren, also M-Verschlüsseln hier, falls das CPA sicher ist. Okay, ich werde euch jetzt kurz die Beweis-Idee skizzieren so ein bisschen und wenn ihr dann das Video zum Random-Oracle-Modell gehört habt, dann dürft ihr euch den Beweis, falls ihr Bock drauf habt, einfach nur mal selber so vorstellen. Und zwar ist die Idee folgende, die beiden Dinger hier, S und T, sind perfekt zufällig, das heißt wir können nicht irgendwie von denen irgendwas rausfinden. Also nehmen wir S und stecken es wieder in die Hash-Funktion rein, wenn wir entschlüsseln wollen, aber wenn wir die Hash-Funktion hier bedienen wollen, dann brauchen wir für die Hash-Funktion noch den Schlüssel und den Schlüssel haben wir nicht. War beim feisten Netzwerk so, hier kommt eigentlich noch der Schlüssel rein, aber den Schlüssel, den haben wir nicht, deswegen kriege ich hier das Ergebnis von meiner Hash-Funktion nicht wieder raus und deswegen habe ich hier Schwierigkeiten, weil X-Or von irgendwas Random und irgendwas, was ich nicht ausrechnen kann, geht nicht. Und dann möchte ich das hier gerade nochmal machen, geht genauso wenig, weil für G brauche ich auch theoretisch meinen Schlüssel. Okay, ja, so funktioniert das RSA-ES-OIP-Verfahren und das ist tatsächlich das sichere RSA-Verfahren, das aktuell verwendet wird. Wenn ihr RSA verschlüsseln wollt, dann würde ich euch auch dieses Verfahren empfehlen. Aber wie gesagt, RSA basiert auf relativ krassen Annahmen, also die sind wahrscheinlich oder es ist gut möglich, dass da relativ bald mal RSA sagt, nö, ist doch nicht sicher. Also nicht verwundert sein, wenn ihr dann irgendwann mal gebrochen werdet. Aber es ist aktuell immer noch das am weitesten verbreitete Verfahren, glaube ich. Und das ist schon ganz okay. Gut, dann war es das und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!